Ey, Gymnasium! Willst ihr den Gets zu fallen für den Scheiß-Einwurf? Wenn mich heute jemand fragt, wie es damals war, in den 80ern, in der Pubertät, im Pott, dann kann ich nur sagen, Wat ne geile Gegend. Wir, das waren Mücke, Spüli, Pommes und ich. Keiner von uns hatte bisher eine Freundin. SMD, was wir nicht haben. Aber wie kam man überhaupt an eine Frau ran? Sex, Disco. Wie sieht's mit Drogen aus? Ich hab mal Tee geraucht. Auf so ne duselige Frage gibt das gar keine Antwort. Die Gegend ist doch dem absteigenden Ast. Chef! Ich komme! Kosenowski, du ein Arschloch! Machste Bio? Schön. Was der Mensch braucht, das muss er haben. Humor, weißt du? Das hier wird nur bei uns. Ach hör doch auf, woanders ist das auch scheiße.